In? Nice Misses Power is coming, is in Last one I'm picking Droning, 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 stop droning Picking up Ich sterbe, oh mein Gott, ich bin nicht hin zuerst gekommen Oh mein Gott, wenn du zu gut gewonnen Das ist mein Leben gerade so sehr Wie bin ich da zuerst verreckt? Ich stand genau hinter ihm in einer Linie mit dem Gegner Ich sterbe vor dem Mate Alter bitte, hat doch von irgendjemand den Clip Was? Guck mal, guck mal, guck mal Das ist der Frame in dem ich sterbe Ich seh nur den Arsch von dem Mate Ich sterb zuerst Wie kannst du mir dann Headshot geben? Durch seinen Schwanz? Durch seinen Arsch wieder raus oder was? Hä? An der Kugel war noch scheiße von dem Mate dran Als ich die gefangen hab Hä? Das ist ein normaler Tod Das ist ein normaler Tod, Alter Du kannst nicht Body bangen Nein, nur Großkaliber gehen durch Körper Das ist ein normaler Tod Kannst du ihn rollen? Auf die Füße Oh, der schloss links Oh mein Gott Oh mein Gott, ein Win Ich fass es nicht Hey Marvin, du bist wieder ein Ich fass es nicht Ich schwingst mein Diamond wieder Ja Weißt du warum mich das erinnert hat? Der Tod Kennte diese Folge von Mythbusters Hast du das geguckt als Kind? Nein, ich bin keine 30 Junge Da gab es einen Mythos Das irgendwie im Krieg So ein Typ hat einen anderen abgeballert Und die Kugel ging Durch seine Hoden Und dann den Bauch von einer Frau Und der wurde dann schwanger, weil die Kugel halt Spämmen mitgenommen hat Und bei der Frau im Bauch reingeplantet hat Da hab ich mich der Tod grad erinnert, Alter Kannst du mir bitte, 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 bitte Schick mir diese Stelle an, wo du so rumgeschrien hast Warum, Jürgen? Alter, ich fand das so geil So, guck dir das an! Das musste raus Ich hab das die ganze Zeit unterdrückt, die Runden davor Oh, wir haben einen T-Tank gegen den 23er-König Das hör schon Stimmen, Alter Das Muck ist das Das Muck ist das Boah, die weiß zu viel! Hast du diesen Reload Bug? Einer war nach oben Oh, genau Fürst du, nas? oh mein gott der ein kackende ab letztens einen tik tok live stream gesehen da hat einer halt gecheatet und er hat halt nur waltz angehabt der hatte nur waltz an und im gegner team war einer der hatte diesen spin board dieses ich weiß nicht wie sich das schimpft dass er halt einen anguckt und dann durch steinwände irgendwie so macht und dann sind alle tot so weißt du das war dem gegner team und dann hat der typ mit waltz sich beschwert dass der andere mit diesem heftigen schied am schieten ist vor allem weil die ihre cheats ja verkaufen wollen so weißt du was ich meine er wollte seinen cheat on stream halt zeigen damit leute das kaufen bei ihm und wurde dann von einem besseren cheat weg gemacht es ist so traurig gewesen eigentlich er hat nur gezeigt dass der hat mich schnell geswingt geswungt alter das war crazy schnell die war hallo das hat keiner gesehen er wird weil wir sind unten was mache ich hier oben wer war er denn davon habe ich auch noch kein kill geholt das war mein erster da war ein horzer pitch links wo ist er in den wäldern oder was okay da habe ich gar nicht gesehen da ist der typ dessen er sich im gesicht habe das ist perfekt die klatschen lockt wieder hoch und dann kann ich den one tappen gibt das perfekte plan ich dachte du kriegst den water ja gleich können wir mit yes ich bin da ich bin da ach so ich glaube ich bin da gestoppt aber von wie von wo zu blue ich glaube die beiden letzten sind blue auch ist von der Hallo? Achso, das ist so random. Oi! 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 Hello?! Hahaha. Man... Oh, der hat einen clue, aber ich bin ich. Warte, 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 warte. Wo ist der Hedge? Wo ist der Hedge? Oh mein Gott! Er hat gerade gepeakt. Machst du nichts? Ach der? Sorry. Fucking... Ach Mann. Mh, breck so an Lucky. Monty ist bei mir. Ich bin nach unten. Einer ist Tower. Wo ist der Monty? Hast du den Monty? Ja, Monty ist tot. Tower! Ah! Pick doch nicht! Oh Gott. Alter, warum piekst du sowas? Für den Clip, oder was? Ich dachte, du piekst da auch. Du hast mich angeschrien, piek nicht. Das hab ich nicht? Doch, du hast gesagt, piek nicht. Nein, das war ein Prisma, Junge, das weiß ich doch nicht. Ah, hab ich auch gerade gesehen, Alter. Da waren wir drauf geschossen. Da bin ich verreckt und ich hab keine Krise. Geht auch mal. Licht im Pillar. Licht im Pillar. Ich schieße schon wieder aufs Elevay. Schau, wir sind nicht rum. Anders Klaus von links und wir mal recht. Was ist der denn jetzt? Frieser? So. Ja, jetzt. Noch nicht. Boah, der Hat mir die halbe Leben mit dem Schuss abgezogen. Wie soll ich da vorbei? Alter, ich sehe da links nur blinken, Alter. So sein Mate vertraue ich nicht. Mir auch nicht. Gar kein Step-Sound, keiner? Nee, die chillen jetzt alle in den Ecken. Oh, Marvin. In der Ecke zum Beispiel. Komm, der Mate wohnt ja einfach auch an den Box. Ja, komm an. Oh, Junge, Marvin, mein Gott. Was? Marvin, du machst Kills? Junge, den Wallbang, der war sass. Man wusste halt, dass der irgendwo in der Ecke sitzt. Ja, das ist halt ein Shotgun-Spieler. Mein Gott. Wie lange das so richtig schroren. Mama. Ich darf nicht mal reden, Alter. Main stairs oder so, oder? Main stairs lassen. Planting? Ähm. Okay, du sollt main? Ja, mach der. Aber so halbwegs. Nicht mehr. Oh. Wegsnerf. Ist der schon durch? Nein. Ich glaube schon, ja. Der will in Art rein. Wie in Art. Ja, der ist da drin jetzt. Schön, Marvin. Digga, was ist Art? Ja, weil, weil, wie heißt das denn? Etik? Ja, Etik. Ist der Name nicht eingefallen. Hast du das nicht gesehen, wie die Fetzen da vorne gefunden werden? Nee, ich konnte es nicht zuordnen. Gehört habe ich, aber ich wusste nicht, was der da macht. Ich dachte, der will es nicht ein. Du hast das doch gesehen, Mann. Boah, wenn du mich nicht hättest, ne? Wenn ich deine Ohren nicht hätte. Wenn du alles von mir nicht hättest. Dann wärst du vielleicht Champion. Wenn ich dich nicht hätte. Wenn du mich nicht hättest, hättest du immer noch ein Gold. Dann wär ich Champion. Ach, es läuft kaum. Nee, ich geh zu Döner, ey. Pizza, ey. Nöcklos essen. Untertitelung. �